Die Zeiten sind unruhig bei Drittligist Rot-Weiß-Aalen. Der sportliche Aspekt rückt immer wieder in den Hintergrund, denn regelmäßig stellt sich die Frage, geht es weiter mit dem Verein in Liga 3 und wenn ja, wie? Im Oktober 2010 hatte die Vereinsführung wegen Zahlungsunfähigkeit den Insolvenzantrag gestellt. Die Zukunft für 2011 war ungewiss, man hangelte sich von Monat zu Monat. Der Spielbetrieb ist jedenfalls vorerst gesichert. Insolvenzverwalter Michael Mönig hat Sponsoren gefunden, die den Verein finanziell retten wollen. Das Sanierungskonzept muss aber erst noch von den Gläubigern bewilligt werden. Die Unsicherheit bei Vereinen, Spielern und Fans bleibt also bestehen. Im Moment ist es natürlich immer noch unruhig und sicherlich nicht einfach auch für die Jungs, genauso wie für den gesamten Verein. Aber ich hoffe natürlich, dass wenn es dann Samstag wieder um Punkte geht, dass man dann wieder die Kurve kriegt und die volle Konzentration darauf hat. Und ich denke, diese Unruhe wird uns die nächsten Wochen bestimmt begleiten. Und wir hoffen einfach mal auf ein positives Ende, wo ich absolut dran glaube, weil ich denke, das überwiegt zurzeit. Und dass auch durch die Spiele jetzt wieder ein bisschen in eine bessere Stimmung wieder reinkommt. Ich denke, dass die Nachrichten grundsätzlich im Moment positiv sind und dass es dadurch schon ein Stück weit sicherer wird. Aber die letzte Gewissheit, da hoffen wir natürlich, dass die irgendwann kommt, um auch dann wirklich endgültig sagen zu können, der Verein wäre über den Berg. Aber das glaube ich, ist noch ein Schritt oder ein Weg, den man noch gehen muss. Nun war am Mittwochmorgen in einer lokalen Tageszeitung auch noch zu lesen, die Position des sportlichen Leiters Ronny Maul, die stehe auf der Kippe. Die Sponsoren hätten für den Posten andere Pläne. Viele Gerüchte kursieren in den letzten Wochen und Monaten in Aalen. Ronny Maul selbst wollte sich nicht an den Spekulationen beteiligen. Ja, ich habe es gelesen und ich stand auch ganz klar dabei, Gerüchte. Und das werden wir uns, wie gesagt, da werden wir die nächste Woche begleitet werden. Weil ich denke, es wird viele Gerüchte geben, die nächsten Wochen, aus welchen Gründen auch immer. Und von da aus möchte ich da nicht dran teilnehmen, weil ich denke, das ist eigentlich nicht meine Sache. Auch die Fans von Rot-Weiß-Aalen durchleben seit dem Insolvenzantrag Ende Oktober ein Wechselbad der Gefühle. Ja, das war immer ein Auf und Ab der Gefühle. Ganz toll fand ich wirklich, als die ersten Äußerungen aus dem Bereich Mönig und Partnerschaft gekommen sind und haben gesagt, es sieht schon nicht schlecht aus. Es war für uns immer wieder ein Stück weit Hoffnung, hey, da ist noch was möglich. Dann hat der Verein hinterher zum Schluss ja auch noch gesagt, liebe Leute, wir machen jetzt einen Spendenaufruf. Natürlich haben wir uns daran auch beteiligt und waren überglücklich, als es die Tage in der Zeitung stand. Es geht weiter, diese Saison ist gesichert und die nächste Saison sieht auch noch sehr gut aus. Sportlich? Ja, da lief es zuletzt in der dritten Liga sehr gut für die Truppe von Trainer Ari van Lent. Und auch die Testspiele in der Vorbereitung waren bis auf eine 0-3-Schlappe gegen die Sportfreunde aus Lotte erfolgreich. Wir haben jetzt vier Testspiele gehabt und ich denke, über die gesamten Testspiele kann man zufrieden sein. Also auch wenn natürlich der eine oder andere in der Vorbereitungsphase immer ein bisschen schwierig läuft. Aber das hat natürlich immer seine Grunde, Müdigkeit und alles, was da noch dazu kommt. Nach dem Weggang von Christian Alder in der Verteidigung und Christian Knappmann im Sturm testet man bei Rot-Weiß aktuell drei neue Spieler. Den 25-jährigen finnischen Mittelfeldspieler Willi Savuleinen und den gleichaltrigen Stürmer Frank Jonke. Kanadier mit deutschen Wurzeln, zuletzt ebenfalls in Finnland aktiv. Ja, die sind jetzt drei Tage bei, haben gestern der Spieler einen großen Teil auch mitgemacht. Wir machen dann einen ordentlichen Eindruck, die werden auch morgen noch da sein, also einen Tag. Und dann werden wir uns dann einfach mal darüber Gedanken machen, über diese Spieler, ob es möglich ist oder ob es überhaupt zustande kommt, dass sie hier spielen können. Dritter Neuling zum Test im Training dabei ist Abwehrspieler Christoph Kessler von Regionalligist FC Hansa Rostock 2. Ob die drei neuen Kandidaten auch verpflichtet werden, das steht noch nicht fest. Ist jetzt im Moment eigentlich erstmal nur so ein bisschen den Markt sondieren, mal testen, mal gucken, wie diese Qualität einzuschätzen ist. Also ist nicht wirklich verbindlich im Moment. Am kommenden Samstag steht mit dem Heimspiel gegen den Tabellenachten Tusk Koblenz bereits das erste Punktspiel an. Eines von vielen Nachholspielen, die den Rot-Weißen demnächst englische Wochen bescheren dürften. Und Trainer Ari van Lent hat schon ganz genaue Vorstellungen, welche Spieler am Samstag in die Startelf kommen. Ich denke, dass wir einen Großteil mit der Mannschaft starten werden, die in der Hinterrunde auch da war. Wir haben bei der einen oder anderen vielleicht ein paar leichte Probleme und ich hoffe, dass wir das bis Samstag hinkriegen. Und der eine oder andere ist da immer so vielleicht ein bisschen näher herangerückt. Die Konkurrenz, unsere kleine Mannschaft, kleine Kader ist schon ein bisschen enger geworden. Aber klar haben wir natürlich die Spiele, die letztes Jahr fast alle Spiele gemacht haben in der Hinterrunde, werden natürlich einen gewissen Vorteil haben. Die Fans sind jedenfalls trotz der Unruhe beim Verein überzeugt, dass im ersten Punktspiel 2011 am Samstag ein Heimsieg drin ist. Und wir werden das Spiel ganz klar gewinnen. 2 oder 3-0, denke ich. Anpfiff im Versistadion gegen Tusk Koblenz ist am Samstag um 14 Uhr.